Also, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte so die Wand nicht hochgehen. Wo trägt man sich denn ein? Hier liegt ein Bleistift und Papier. Keine Infizierten und Nicht-Infizierte auf. Ein Sturm zieht auf. Ein paar Meilen weg. Und fertig. Ist das da oben das Wasser? Ja, ne? Ah, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Rute. Yep, das ist sie. Oh. Da oben sind doch die anderen drin, oder? Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm. Yep, da ist der nächste Posten. Ein Supermarkt? Yep, da kommen wir unterwegs dran vorbei. Ja, da kommt ein Sturm. Morgen wird man gut Schlitten fahren können. Mhm. Chat, das sind die Berge mit Zuckerguss übergossen. Über der Skihütte. Gehen wir zurück zu den Pferden. Oh, hier ist noch eine Tür. Wow, wie krass. Was die sich halt... Oh, Schrauben. Noch mehr Schrauben. Das ist eine Blumenvase, oder? Das ist eine Blumenvase? Ich wette, diese Bonn gehörte Eugene. Wow. Meine. Er hat sie mir geschenkt. Hast du Gras dabei? Ach, schön wär's. Ich hatte das immer von Eugene. Aber wir decken halt wirklich in der ersten Stunde alles ab, was abzudecken geht. Geht so. Wirklich alles. Gleichgeschlechtliche Liebe. Es werden Kinder gezeugt. Trennung. Knutschen. Sex. Drogen. Was haben wir denn noch? Fleisch. Veggie. Mach ja. Hebt euch doch noch mal was auf. Ich mein, die Story geht hoffentlich noch ein paar Stunden. Ihr müsst ja jetzt nicht alles... Was soll denn da noch kommen? Kommt noch Außerirdische, oder was? Heißt der Blitzesinnungslose der Sex? Warum liegt da eine Maske? Äh, Stroh? Frage. Hattest du die Klarotten gestern schon an? Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Siehst trotzdem gut aus. Danke. Ja, dann mal los. Heria, moin. Ich glaube, man, von gestern bist du bescheuert. Hey, how's moin? Hat da nicht mal jemand Daddy Broker gesehen? Man sollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein. Am Alter. Nach einem langen Leben. Du? Niemals. Echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du grad sagen. Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du um Schneestoffschuh trinkst. Ich hab heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben wirst? Lass mich raten. Du bringst mich um? Hab ich dir den Witz versaut? Nein. Vielleicht. Leckmilch. Sorry. Hey, Crusader, moin. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Wirkt verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Das ist die richtige Einstellung. Moin, Steady. Was weißt du über diesen Ort? Das ist eine normale evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit hier raus. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Ich dachte, ich seh mir mit Joel einen Film an. Oh. Ist alles. Klar? Ja. Das wäre ein Film, wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Switch Rhyme. Äh. Curtis und Viper 2. Pepe Cooling. Den hab ich schon länger auf meiner Liste. Wer mag diese schlechten 80er Actionfilme? Da fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlitten fahren. Das klingt gut. Ja. Wollen wir uns danach treffen? Äh. Okay. Vielleicht spiele ich Gitarre für dich. Okay. Worum geht es bei Curtis und Viper 2? Okay. Also. Zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und ich glaube, in diesem kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Das interessiert mich mehr, als ich gedacht hätte. Okay. Der jüngere, Viper, ist ein Ninja. Und er ist echt total krass. Und wie alt ist er im ersten Film? Äh. Zehn. Tether Rector. Oh, die habe ich noch nicht. Eine dieser Superheldenkarten, auf die du so stehst, oder? Oh, ja. Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Ganz bestimmt. Was macht dich so sicher? Ich meine, was, wenn alle wie wir sind? Und Tag für Tag nur überleben? Naja. Ich schreibe Musik, also, wenn jemand eine Kamera hat. Warte, Moment. Es gibt Original-Eli-Lieder? Warum hast du mir keins vorgespielt? W-Ich weiß nicht. Komm schon. Spielst du mir eins vor? Nachher? Ich denk drüber nach. Qu grantige. W-Ich weiß nicht, eh. W-Ich weiß nicht. W-Ich weiß nicht. W-Ich weiß nicht. Wer hat mich nur da vorgezeugt. W-Ich weiß nicht. W-Ich weiß nicht. also so von der entwicklung her ist das also gefühlt 180 grad ich glaube es wird kälter weiß nicht ob man da reinkommt wie heißt denn das pferd eigentlich haben wir das pferd schon mal angesprochen mit namen das war bestimmt infizierte wenn sie ein echt kleinkriegen wo zum teufel stecken los wir suchen sich man könnte ja den fußbohren folgen wir hören hier oh ah nee hier geht's weiter ja noch mehr blut da sind welche drin dina hier lang gut Nummer 1. Gone. Dina! Hört die Playstation etwa meine Mikrofoneingang mit? Na 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 na! Oh, schade. Oh, das Menü haben sie ein bisschen überarbeitet. Ist aber schön. Cool. Okay. Lugatschpalte, ich wünsche dir guten Appetit. Lass sie schmecken, Maka. Aber nee, wir gehen... Wir gehen erstmal in die andere Tür rein. Was ist denn hier drin? Das geht eh nicht auf, oder? Okay, das ist cool. Hey, Dina ist kein Problem. Aus 20 cm Entfernung treffend. Er ist hier drinnen gestorben. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine steunende Gruppe. Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Ellie, du hast vergessen, als wir das... Als wir das Reh gefangen haben. Da haben wir locker mehr als 20 weggemacht. Oder als wir das Reh erlegt haben. Okay, er ist hier reingekommen, oder? So, wie es aussieht. Begleiter tun was. Yeah! Nice! Schönes Ding, Dina. Geil, ey. Mega. Ja, und sie stehen im Weg rum. Gut, das haben sie also nicht verleeren. Wir sind hier drinnen. Zwei, drei. Suche? Äh! Oh. ? mega 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 das ist sehr sehr schön sehr gut du erneuerung gefällt mir wirklich sehr gut gehen wir weiter ins gebäude es muss irgendwo rein irgendwo eine tür oder müssen wir da raus hilf mir da hoch ich will mich umsehen komme wo bist du denn hast du hier bist du hoch mit dir in dem dach da drüben ist ein loch hier danke da siehst du okay mal sehen wie wir da reinkommen na hat jemand die gelben flecken allerdings gesehen die gelben flecken machen nicht mal was doch wir hätten auch glück haben können hey wieso ich kann ja dann nichts machen die noch hier drunter ich will die wirklich nicht ins gesicht schießen müssen okay sie weiß nicht dass wir sie weiß nicht dass wir immun sind hat ihr das noch keiner gesagt die memo ist scheinbar noch nicht angekommen okay es ist wirklich gut geworden also so von wirklich von der mechanik her von der aufmachung her ist das spiel echt gut geworden hab was gefunden schön oh oh okay 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 wie lange machst du heute um 18 18-30 ungefähr heute ist eigentlich mein freier tag und ich da ein bisschen Zeit mit der Frau verbringe, sonst hat man nicht viel Zeit, jetzt ein paar Tage. Bin drin. Ich auch. Wollen wir Vorräte suchen? Ja. Aber von Sonntag, von Sonntag bis Donnerstag heißt Sturmfrei, das heißt da ist wieder Open End. Hey, ich hab Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier, versorg dich. Okay. Maggie, bei mir gibt's Bots und auch Clips, yes. Ich lösche keine Bots und keine Clips. Aber es wird auch bei, äh, bei YouTube kommen. Also sowohl hier als auch bei YouTube. Das frage ich mich auch immer bei den, äh, bei den Games, warum die immer noch was finden. Aber wir wissen ja... Ich spiel auch schwer, by the way. Okay, nicht auf dem Mittel. Warum trägt sie eine Maske? Sie hat das wirklich noch niemandem erzählt, oder? Und Joel auch nicht. Das weiß kein Mensch. Was? Denk dran. Ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Ah, ganz reizend. Bei den ganzen Sporen sind die schon länger hier. Halt nach älteren Infizierten Ausschau. Yep. Du meinst die Clicker? Ich glaube, wir sind da rüber. Wir sollten ins Erdgeschoss. Green Place Market Mitabiner of the Month. Ach, die leeren Schubladen. Der liebte dich nicht. Pillen, pillen, pillen. Wir brauchen pillen. Wo ist Phoenix? Wenn wir die brauchen. Chase, ich grüße übrigens. Moin, Westman. Hallo? Hallo? Oh, shit. Ellie! Ich bin. Nein! Oh, mein Schuss. Verfluchter Klicker. Auf geht's. Super leise geht's. Oh, mein Schus. Oh, mein Schuss. Oh, mein Schuss! Oh, mein Schuss! Freak. Oh, mein Schuss! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 ist die doch sonst von hier verschwinden ich habe mich nicht ein meter bewegt haute fact das ergibt gar keinen sinn gehen die auf licht theoretisch kannst du ein millimeter neben denen stehen die sehen nix die sind blind leute da ist die tür hilfst du mir sie nicht hören nur ja aber das war ja ein klicker das war ja ein klicker der kann doch eigentlich ich bin profi ich bin profi ich lege das kopf kopf über in den rucksack ich bin profi immer weg ich bin profi und 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 Untertitelung. BR 2018